hallo und herzlich willkommen zu happy wheels und zwar habe ich mir jetzt gedacht dass ich jetzt jeden mittwoch irgendein anderes game bringen außer minecraft halt und da letzte woche agar kam habe ich doch teilweise nimmst diese woche auf nimmst einfach mal happy wheels und da ich einfach so wenig happy wheels spielt und mir gedacht habe es wäre bestimmt lustig zu sehen wie dumm und scheiße ich in dem spiel bin habe ich einfach dachte nimm ich einfach mal auf und guck dann wie es wird das erste level habe ich schon mal gespielt gerade eben da habe ich schon plötzlich die aufnahme abgeschmiert aber das machen wir einfach noch mal so ein werwort millionärdings demo welcome to who wants to be a millionär und hier oben what is the first name of president obama das ist frisch barack barack so hoch springen dann kommt der korrekt als das level ist mega geil gemacht wort ist im most popular soccer game ich denke mal auf jeden fall die farbe hier gibt es noch also ich weiß schon was die lösung ist aber es wäre irgendwie klar gewesen dass sie verschiebt auf dem public show kommt und darauf gehe ich dann kommt wo die anzeige ist so mega geil gemacht ohne witz und wenn man hier 50 50 nimmt dann gefällt allerdings dann fällt nhl und madden fällt weg noch pass und also pro evo und wie war sind da sind immer fiefer würde ich sagen würde ich auch korrekt und dann ab ins ziel das war nur eine demo das ist halt eine demo und nicht zu lang ich meine klar aber ich glaube wir können das noch mal raiden oder hier wie kann man hier raiden und nun ziehe ja okay da wisst ihr schon ich bin ein noob noob hi player hopeful jack hopefully jack ok this is a really long and difficult spike fall i hope you enjoy gut dann enjoyable oh 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 really good ok ich bin really good restart oh i oh 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 ich bin fast epic Ich bin fast epic Ich mach mal die Maus aus dem Jetzt kommt da so eine Anzei Okay So Mach ich das jetzt am besten Dass da mich so nach hinten geht Schon wieder epic Oh man Ich bin mit der Steuerung noch nicht so ganz Klar wie ich jetzt da hotkey Kann am besten dass es so schnell wie möglich zurück geht Okay der war nicht so gut Naja gut Ich würde sagen Das lassen wir mal Free throw Ball throw Nehmen wir mal den Ballwerferdings Ich hab zwar keine Ahnung Wie ich das jetzt pack Irgendwie Z werfe oder so Z kann ich's packen Okay Oder Wie packt man sowas Okay Ah Okay What the fuck Und wo ist Plus Temmovement Plus Plus Twomovement Äh Ich bin Hier grad zwar leicht überfordert Aber Ich find dieses Level einfach mega geil Okay Oh shit Nein Oh Ah Da oben ist so eine Anzeige wann der Victory kommt Okay Wir werden einfach gleich nochmal Komm Ach man Ich will die ganze Zeit sterben Nein Okay Noch ein Versuch Nein Komm Jawohl Really Okay Ich glaub solche Solche Dings sind noch nicht so fast für mich Solche Dings Level Pogo Games Ich probier mal Pogo Games aus Das ist ja mit dem komischen Typ da Also springt man Okay Oh Forward Jump One Wie kann ich hier vorjetzt Also okay Aha Okay So wie ich schon mit der Steuerung klarkomme Wie ich mit so einem Dude noch nie gespielt hab Oh Doppelt übersprungen Ja ich bin der Boss halt Hab ich grad gesagt dass ich das erste Mal spiele Hab ich gell I'm the boss Oh nochmal Okay Oh Oh Gut Oh fuck Das war nicht so gut Und aufladen Und Hupp Nein Okay schade Opsala Ich bin mit der Steuerung einfach noch nicht So wirklich im Klare So Ich probier's mir hier an der Wand Zu schräg Vielleicht wird das was Ach man Schade Och Nein Wie macht man sowas am besten Also ich Ich komme nur so ein Stück weit hoch Also irgendwie Äh Komm Ach man So Und So Man muss mal so Ich glaube ich müsste oben drauf landen Probier das erstmal Ach man Lass mich doch jetzt einfach da hoch Mann Okay Probier das nächste Level Ich will jetzt nicht so lange an einem Level rumschägen Ich will einfach mal ein bisschen was Warning Don't move Ich will jetzt kein don't move machen Ähm Rope swing Hält sich ja wie fest Mit Leertasche oder so Ja komm Verreck einfach Ersch mal Du fette Huch Okay Ganz ruhig Äh Die hält sich ja nicht mal richtig fest Was ist denn das Hä Bin ich zu blöd oder wie Press Two Ah okay Ich kann einfach nicht lese So viel kann ich sagen Oh fuck Was nochmal Was tue ich denn die ganze Zeit auf Tab Alter Bin ich behindert Ah okay Perfekt Nice Und jetzt da durch Und jetzt Festhalte Save me Save me Oh Und jetzt darüber Und jetzt hier Oh Mann So jetzt Komm Und hopp Jawoll An die Wand Da runter Ah fuck Näh Die Blut Okay Ja komm Reiß mich halt gleich mit den Tod Really Mann Komm Halt dich einfach fest Alte Dame Fettes Oder was ist das Ich verswog eine Dame So Halt dich doch fest Ey das sah gerade aus Als würde ich dich nur fest Halte Oh oh Und in die Kanone rein Äh Ah das war falsch rum Press Und Au Okay Grab Oder doch nicht Dann probier's noch einmal Ich will das jetzt schaffe Ich will Ich will nicht nur eine Demo schaffe Nein Oh gut Hui Uiui War das knapp Alter Save me Ich save dich jetzt nicht Mann Ich will das Level schaffe Mann Komm doch mal darauf klar Dude So Jetzt komm Nicht wieder ab Oh nein Nice 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 Okay Jetzt müssen wir runter drücken Jetzt kann's raus Zack Danke fürs Bein Crap Hä Lol Okay Das lassen wir dann doch lieber Was gibt's denn hier noch Ähm Ich mach Würdest du sagen noch einen Bott Ich probier mal einen Bottlerun Okay 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 Komm Komm Bleib over Bleib over Bleib over Bleib over Bleib over Nein Nein Ja Second try Jawohl Damit will ich hier auch Äh Das Video beende Ich rate das Level jetzt einfach mal Wenn es geht Must be a Okay Okay Dann muss ich mich irgendwann noch logieren Wenn ich das mache irgendwann Okay Auf jeden Fall Würde ich jetzt hier sage Wenn es euch gefallen hat Und ihr mehr solche Flash Games wollt Oder solche Wahrscheinlichkeit Flash Games Weiß gar nicht Halt was anderes außer Minecraft Dann lass einfach mal einen Daumen nach oben da Das wird mir auf jeden Fall zeige Oder schreibt mir einen Kommentar Das wird mir genauso zeige Dass ihr das wollt Und Dann sehen wir uns beim nächsten Mal Tschau